Am 8. September 2019 in der Badeanstalt in Arendsee. Am 8. September 2019 in Arendsee. Zufluss armen Gewässern Wasser. Eine Arendsee-Umrundung hat man geschafft, wenn man 10 Kilometer gewandert ist. Länge mal Breite, glaube ich, 2,8 mal 3,4 Kilometer. Ja, das ist die Tribüne. Die ist relativ neu, weil die alte vor ein paar Jahren abgebrannt ist. So, ganz deutlich zu sehen, wie sehr er ausgetrocknet ist, das Wasser zurückgegangen ist. So, ganz deutlich zu sehen, wie sehr er ausgetrocknet ist. So, ganz deutlich zu sehen, wie sehr er ausgetrocknet ist. Vielen Dank.